Die gute Nachricht des Tages. Zu allem bereit. Ich mache tatsächlich alles. Wird aber auch Zeit, dass du da raufkommst. Das ist eine Unverschämtheit. Warum sind auf einmal die Meinungsunterschiede so groß? Weil wir auf keinen Fall für diese Kompromisse zu haben gewesen wären. Wir sind laut! Schwarzer Humor ist halt auch wie Essen. Hat nicht jeder. Aber hübsch sind sie, meine Mädels. Unser Motto lautet Qualität. Ich werde versuchen, das junge Publikum, ich weiß noch nicht genau wie, an mich zu binden. Ganz easy erklärt, sodass es wirklich jeder versteht. Ich habe gesagt, dass ich schwanger bin. Krass. Willst du uns ruinieren? Ich dachte, sie wollen hier Karriere machen. Ich liebe, was ich da sehe. Und? Was jetzt? Haben wir irgendwas vergessen?